...diesel dann überhaupt verbrannt werden kann, den er dann eingespritzt bekommt. So, jetzt geht's los. Ronny, gehen hoch. Sind es in Position? Weiter, alle bitte. Ne, Ronny, du bist lange auspuppen. So, und das waren jetzt die Vorderung. ...28 Vorderung, und das schicken die dann quasi in den Lautelüftkühler. Und dann kommt...